Das haben wir, das ist schön, das haben wir, das ist schön. Das auch, das auch. So, essen, essen, essen. Trügelswasser. Ja, da muss ich nochmal zum Wasser hin. Wir haben aber erstmal genug. Okay. Das ist ganz gut. Medizin. Die haben wir hier. Die haben wir auch. Ein paar Bände haben wir auch wieder mitgebracht. Medizin war gar nicht so viel, wie ich dachte. Mhm. Stofffetzen. Leder. 130 Leder. Und ich bin nicht mal durchs ganze Gebäude damit gelatscht. Oh, wow, 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 wow. Drei Federn. 10 Millimeter. Stahlpfeiler. So, ein paar Feinde habe ich gebraucht. Wehrschaft. Pistole. Noch eine Pistole. Wir sind die Flinden-Munition, die Lange-Munition. Klar, den Hämmerschraubenschlüssel lassen wir hier drinnen. Ah, den Mantel. Ja, weiß ich nicht. Erstmal für den Fall das. Ich komme da auch erstmal rein. So. So. Jetzt haben wir ein schönes in der Ranch. Äh, in der, äh, Schmiede. In der Forge. Okay. Da haben wir schon so viel Messing drin. Braucht Clay. Braucht ganz viel Clay. Ähm. So, ich habe was gelernt. Stacheln. Wir nehmen Stacheln. Ah, zu Brennstoff. Jetzt machen wir nochmal 16 dazu. Okay. Da haben wir da rein. So. Ich gehe davon aus, ich werde wieder was essen müssen. Was geht sogar. So. Dann haben wir uns schon nach oben gebaut. So. Da haben wir schon den Anfang gemacht. Ja. Okay. Einmal kontrollieren, wie weit ich jetzt bin. Ach so, hier hatten wir das hier. So schön. Gut. Können wir ja auch noch weiter bauen, ne? Mein Dach. Mein Dach, mein Dach. Mein Dach ist bald nicht mehr das, was es war. Das wird auch ausgebaut. Und nach vorne hin bauen wir das weg. Klar. Logisch. Das ist mein Style hier. So. Dann. Erstmal runter. Was haben wir da noch? Pflastersteinrahmen. 14. Pflastersteinrahmen. Pflasterstein ein bisschen. Da haben wir auch nochmal Lebenklumpen. Kleiner Stein. Ah, ich brauche Steine. Äh. Steinholz. Pflanzenfasern brauchen wir auch mal noch. Okay. Weiß ich, was ich als nächstes vorhabe dann. Ähm. Gut. Ich glaube es da. Pflastersteinrahmen. Brauchen wir auf jeden Fall mehr. Ähm. Erstmal 42 dazu. Aha. Dann. Pflastersteine. Bei. fast 60 brauchen wir 600 haben 200 brauchen wir 400 machen wir 380 so eine Kleinigkeit habe ich nämlich noch vor Axt, Stein, Axt erst können wir skillen dann kann man gucken so der Überlebende habe ich schon einmal Kamel auch wie ein wildes Tier machen wir auch einmal Klinderung Qualitätsschule haben wir schon recht hoch ist okay Bauerarbeitermeister machen wir auf jeden Fall einmal hoch Werkbank ich hoffe ja noch dass ich eine Werkbank finde aber muss man eine bauen ähm ja Boom schießen schon ganz gut Waffenschmied auch Pistolen auch immer besser ja ja den holen wir uns auch einmal ja so dann drafting Aha noch ein Stück okay nochmal gleich will da noch so ein bisschen bisschen besser mit werden ähm so was hatte ich jetzt gesagt ich wollte das hier vorne noch machen ne das hier aus Stein wäre natürlich eine Möglichkeit das hier vorne aus Eisen zu machen und danach aus Stein hoch zu bauen aber aber ich glaube nicht ähm das holen wir erstmal von oben runter aber hab ja keinen Bock dass mir das alles auf den Kopf fällt hier so das wäre dann von von da vorne aus ok also ganz aufs Dach so so wollen wir mal hin hier wollen wir mal hin ah kann man auch nicht an so schön schön die müssen dann sowieso weg mal sehen wie lange meine Achse hält hehehehe meins genügt damit auch noch ein bisschen und das würde hier als position auch schon reichen aber ich möchte das gerne auch Stein haben vielleicht bin ich da ein bisschen übervorsichtig aber mein Gott haha lieber zu vorsichtig als zu unvorsichtig schön nicht denn ah lange hält die nicht haha Die sind schon auf 220, das ist gut. Das ist sehr schön. Ich wusste jetzt nicht, wie hoch ich damit bin. Weil auf 140, wie meine eine Axt da ist, wollte ich das jetzt nicht unbedingt. Gut, dann machen wir uns gleich noch eine vernünftige Axt, wenn die hier kaputt ist. Vielleicht schafft sie das nachher noch. Soll ich das nicht. Manche können wir dann auch eventuell heilen lassen, wenn sie die richtige Höhe haben. Was ich gerade jetzt so ein bisschen schätze. Ich glaube schon. Und dann können wir hier nämlich noch ein bisschen Eisen später hinsetzen. Eine Art Zwischenbrücke. Diese Eisenbarrieren, wo man durchschießen kann. Ein bisschen auch. Brenne ich so viel von unten machen, kriege ich keine Nackenschmerzen beim Hochgucken. Mal kurz nachgucken. 56 Stück. Sollten wir erstmal ein Stück mitkommen, ne? Und das eigentlich Ganze? Ja, das sind Ganze. Das ist gut. Ganz schaffen wir die Axt das nicht. Ja, wie gesagt. Das ist mir aber zu schlecht, um die nachher nochmal irgendwann zu reparieren. Dann hole ich mir lieber das Eisen raus. Ah, hi, Zombie-Mörder. Hi, Psycho-Matrix. So, dann können wir den nochmal reinnehmen. Die Knochenklinge braucht man nicht. Dann kann ich die nebenbei auch schon aufwerten, ja? Der Äußere nicht. Weil der wird noch aussteilen. Der ja. Der auch, der auch, der auch. Oh, einmal zu viel. Okay. Okay. Den und den. Den Rest mal gerade hier mit auf weg. Den Rest, dann kann ich das andere alle von unten machen. Okay. Also, wie gesagt, eigentlich hier im Spiel hasse ich die Hunde, ne? Aber irgendwie tun mir die leid, wenn ich's abknalle. Aber bevor ich sterbe, müssen die sterben. Vier Stück, ey. Da denkt man sich einmal, man geht in eine Stadt, man lässt ein paar Zombies verrecken. Ja, gut. Okay. Die Hunde hatte ich jetzt auch nicht ganz in den Hinterkopf. Also, so viele. Gut, Rest kann man gleich von unten machen. Den und den. Die beiden kommen noch weg. Machen wir's locker. Locker und Lässig. Geh mal so runter. So, 34 haben wir. Zwei Minuten und... 34, sechs Stück brauchen wir noch. So, ähm... Das ist auch ne Feueraxt. Schon da drauf. Das haben wir. So. Zwei Minuten. Na gut. Zwei Minuten kriegen wir auch an. Nix da. Hm. Okay. Ich bin Tag 9. Tag 9. 3 Uhr 34 gerade. Ja, stimmt. Kann man bei mir jetzt... ...bitte eben nicht sehen, aber... Ruhig fragen immer. War eben Tag 8. Ein bisschen in der Stadt gewesen. Naja. Äh... Ich habe nicht so viele Hunde erwartet. Aber ich habe es ja geschafft. Okay. Ich habe erst gedacht, ich habe was gehört. So, die Treppen kommen dann auch weg. Die Gitter kommen auch weg. Ja. Ja. Äh... Ja. Nehmen wir das doch. Und dann und dann und... Da muss ich mir gleich auch eine neue machen. Ah, die ist schon fertig. Das ist gut. Oh, erst mal die eine Seite gleich fertig. Ja. Die hält auch nicht mehr lange. Stimmt. Scheibencluster. So. Okay. Machen wir da gleich erst mal die eine Seite fertig. Und uns nebenbei eine neue Spitzhacke. Oh, die lohnt sich auch nicht zu reparieren. Spitzhacke. Eisenspitzhacke. Ach. Hier muss ich auch hin. So. Fertigen. Da sind Titeln. Okay. Ja, dann machen wir die eine Seite fertig. Wenn wir die fertig haben, wollen wir uns erstmal noch wieder Leben, Holz und Stein. Weil ohne kann ich nicht weiterarbeiten dann. Jetzt habe ich was gehört. Wo bist du denn? Ach. Ach Scheiße. Bewege dich mal noch so. Du bist tot, ne? Oh. Ja, ein bisschen nah dran gegangen. Beim Cluster. Ah, jetzt kommt so eine Hoa da. Ja, super. Ich gehe von oben. Ich habe da keine Nuss drauf. Da ist doch eine Wanderhorde hier. Immerhin, du triffst immer jemanden. Ja, gut. Okay. Da, Inkop. Ey. Er war doch. Er war doch getroffen. Wollte gerade sagen. Muttern auch im Kopf. Und der halben Gehirnlosigkeit hier auch im Kopf. Irgendwo krabbelt auch noch was. Ey, 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 ey. Einmal in Ruhe arbeiten hier. Herrscher. Lass dir mich einmal in Ruhe arbeiten, bitte. Die verstehen es nicht, dass ich keinen Bock auf die habe gerade. Meinen, das ist mal wenigstens was Abwechslungsreiches für die Zuschauer, aber... Jetzt können wir unten weitermachen, oder? Ach, da haben wir was. Habt ihr mir dann wenigstens was Schönes mitgebracht? Erstmal alles aussammeln. Noch irgendwo was? Ja. Hier vorne war noch einer. Hm. Wir sind ja gut. Ah, immer diese Aufräumer beiden. Immerhin müsste meine Spitzhacke dann gleich fertig sein. Und ich kann sie gleich mal einweihen. Und das Teil muss eh noch weg. Wo kam der Zell von da, ne? Okay. Ah, ja, gut. Fangen wir mal so. Bisschen Eisen bekommen. So weit, dann gehen wir jetzt erst ein bisschen sammeln. Ein paar Bäume fällen. Das ist noch ein Drei-Wunderter. Ja, nehmen wir die. Die Geräusche, das ist noch ein Drei-Wunderter. Die Geräusche. Das ist noch ein Drei-Wunderter. Okay. Dann müssen wir jetzt hier. 900 geht auch brenn brenn Ach, das ist Eisen. Okay. Wo hatten wir denn jetzt die Steine? Vorne.